Weihnachten ist halt immer so die Zeit, wo man besinnlich ist, wo man ein bisschen nachdenkt und wo man vielleicht auch reflektiert und Danke sagt. Und ja, das mache ich jetzt gemeinsam mit dir in diesem Video. Hallo, willkommen, das ist der Randy Ross von Survival Shop Überlebenskunst. Frohe Weihnacht, frohe Weihnachten! Und ich wünsche dir jetzt schöne Stunden mit den Menschen, die da wichtig sind. Ja, ganz einfach, sei im Hier und Jetzt, genieß ganz einfach diese Zeit und hole das Beste ganz einfach raus. Und das wünsche ich dir ganz einfach. Ich mag aber auch Danke sagen. Ich mag Danke sagen für die wahnsinnige Entwicklung, wenn ich in das Jahr 2018 schaue. Für die vielen Kommentare, für die Abonnenten, wir sind ja jetzt über 30.000. Ja, voll super, danke. Es ist einfach irre. Auch für die vielen E-Mails, die ich teilweise gar nicht beantworten kann. Und das ist keine Unhöflichkeit, sondern es geht einfach nicht. Weil sonst tue ich eine Stunde am Tag nur E-Mails schreiben und das geht sich einfach nicht aus. Und das ist keine Unhöflichkeit, sondern ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Und das muss man auch sagen, dass man Dinge ganz einfach nicht kann, weshalb es nicht ausgeht. Ehrlich, ja, ich habe eine Familie, wir haben diesen Shop, ich gebe Trainings, ich schreibe Bücher. Ja, es geht sich definitiv nicht aus. Aber Danke. Ich mag auch Danke sagen für die ganzen positiven Kommentare, die mich massiv motivieren. Du merkst es sicherlich auch, dass mir das irrsinnig Spaß macht, hier vor der Kamera Produkte zu zeigen, Produkte zu testen. Das ist einfach super. Das ist gerade einfach das, was ich mir immer vorgestellt habe. Und das ist wunderbar. Das ist echt toll. Und Danke, dass du mich dabei unterstützt. Danke, dass du mir immer wieder zuschaust. Hoffentlich auch im Jahr 2019. Das ist jetzt doch nicht das Jahr 2019 Video. Also ich komme zwischen Weihnachten und Neujahr noch einmal mit ein paar Videos zu dir. Das ist eh ganz klar. Aber Danke, Danke, Danke. Alles Gute. Frohe Weihnacht. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao.